ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde league of legends ich bin der ram und in dem heutigen ranked game spiele ich wieder einmal xinzhao im jungle mit dabei ist wieder der julian und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim zuschauen die sind hier los die sind finde ich schon wieder gut nur nicht fieden jetzt wissen kann ich also eigentlich kann ich ja jetzt lag ich mir sowieso es ist ja mit die sicherste lane sage ich mal die man spielen kann bitte ist am sichersten du kannst du dann in der mitte nicht gank das ist sowas wie ein fiss du kannst kein fiss ganken ja das ist das düppste was man tun kann und ein assassin den man nicht ganken kann das ist echt kacke das stimmt anlegte gelten hat den ekelhaften skin was denn mit diesem riesen kopf nicht das ist ein bisschen ekelhaften geräuschen aber ein skin der für die schlimmer ist dieser ähm legendärin von jinx wie heißt der denn ach so äh ja sternenwächterin ne genau ja den hab ich ja auch ja vor allem wenn er einen 2,5er techspeed hat bisschen star wars mäßig ne ja und dass sie wenigstens trifft wie die stormtrooper die wir treffen hehehe was echt mal lass die armen stormtrooper in ihren sehr sinnvollen plastikrüstung das frage ich mich bis heute was die bewirken soll ich auch nicht warum hat man plastikrüstung an hehehe hehehe weiß ich auch nicht wahrscheinlich irgendein zeug was nur so aussieht wie plastik ja ja hehehe also leser gehen auf jeden fall durch ja ich brauche auch es ist wahrscheinlich sowas in der uniform bei uns hehehe ja aber dann sollte man was leichteres nehmen ne wenn sie eh nichts abwehrt das ist ja so als ob unsere soldaten stahlhelme sag ich mal also ne ne stahlhelme schon falsch helme aus papier tragen würden auch der damage ach der damage ich bin mit gerechnet besagt er feedet jo kleiner herrse ihr hohu Seh nicht leicht ich liege die also nicht wenn dann müssten sie echt schon ja so gut ja auch das Gegenteil gibt es auch genug und sind die in meinem Team komm 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 er kommt mir entgegen Jungs alter so anlucky dammit hätte ich mir doch mal einen Heiltrank mitgenommen in dem Fall war es jetzt scheiße dass ich keinen dabei habe sonst hätte ich ihn gehabt er hat ihn gekriegt ist doch gut ja ja bei mir wäre es besser gewesen wird ja so wenigstens keinen Kill gekriegt ASIA komm wach auf du boah alter ist das ein Träumacher das war wirklich so ein Freakill und jetzt kriegen sie beide noch oh er kriegt den aber noch das ist schon wieder ein Game echt glaub ich wie er ist da push ich dir natürlich noch einmal ein was macht ihr denn für das scheiße hallo du sollst mich einpushen gar nichts gelernt jetzt hat er eingepushen jetzt auf einmal nicht mehr wer will jetzt den Gang kriegen ja so pusht auch ein großer ja so muss pushen eigentlich ja immer ja so tot Geil. Feeding ja, so gefällt es mir. Auch genug. Mach ich auch oft genug. Aber ich brauch keine Hilfe für Topline. Können Typen sowieso nicht fighten, der macht EQ und ist er weg. Ja, ja. Ne, ich wollte noch mal gucken. Was hier so schönes los ist. Ja, auch so ein bisschen Party geht. Oh, nice, nice, nice. Lass den Typen jetzt einfach nicht mehr farmen. So, meine Aufgabe. Aber jetzt sieht alles ganz gut aus. Guck mal, Asia hat jetzt wie viel? Drei Kills. Oh, lol, der Damage. Pff, freiz mich doch mal so Sau. Na, Julian. Sind wen das für Wörter? Pff. Pff. Leute verstehen auch nicht, wie die Stadt bei mir ist. Hm, ne. Ich hab mich aber auch nicht überschätzen. Ich muss mich schon hochhehlen. Okay, moah, lass mal kommen. Ein Storm Raider ist wieder geprockt, ey. Das ist nicht so schön, um so schnell zu laufen. Haha. Oh, Lee in der Mitte. Oh, lol, nice. Oh, er kriegt den Yasuo noch mit. Schön. Wenn er jeden Kill kriegt, ist das nicht so schlimm. Die lohnen sich auch nicht. Lee ist da. Wo ist denn mein Jafen hin? Na, ich kann Drake mal probieren. Na, mein Jafen ist Mist, ne? Das ist super warm. Irgendwo bei euch rumstrengen. Warte mal, ich muss den Lee im Auge behalten. Mist, das hab ich mir nämlich gedacht. Komm, mach hin. Oh, du, Draken, kannst du ja ziemlich gut. Boah. Nice. Aber jetzt muss ich schnell raus. Ja, siehste, da kam schon der Ward. Genau rechtzeitig. Ja, als Xim geht das hervorragend. Aber wenn der Lee mir jetzt im Rücken gefallen wäre, dann wäre es das halt gewesen, ne? Was? Oh, Report top for feet. Wie lange braucht der bitte meine Ulti, um zu kommen? Mann. Weiß nicht, steht dabei. 4 Sekunden ist lange. Das hat... Dive wie ein großer schon wieder. Geil. Hat mehr Farmer als er. Den wollen sie aber auch unbedingt haben in der Asie. Ja, ich darf einfach, ich darf einfach nicht mehr, das macht keinen Sinn. Nee, nur wenn du richtig vorne liegst. Ich lieg ja auch richtig vorne, nur ich komm halt nicht raus. Störe! Ja, ich bin immer noch vom Golderherd. Na ja, so, ich bin schon wieder tot. Gut. Dann geht immer nicht zurück. Ich will noch die eine weg mitnehmen, ach, und die andere auch noch. Ach, genau. Und dann kommt der böse Xen aus dem Jungle und er sagt, Matschepampe. Aber insgesamt doch sehr ausgeglichen. Hätte ich gar nicht gedacht. Warte, dein Stück jetzt. Hm. Im richtigen Fall kann er mich nicht töten. Ach, scheiße, ich habe mal ein Pinkwort. Gott, der ganze Chat ist... Hehe. Ah. Was? Überlebt? So, ich habe schon wieder Yawso. Jetzt schreibt er bestimmt gleich. Das Babysit. Ich würde echt gerne wissen. Als ob meine Ulti-Cache haben. Ach, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Naja, wenigstens so, aber weg. Ich guck's back, hol mir mal ein Protopelt. Er baut es sogar richtig. Haha. Ah, der denkt sich auch. Einfach nicht fien. Der faltet mich die ganze Zeit. Es ist übel, dass er immer wieder wegkommt. Aha. Ja, wir haben den Yawso schon wieder geholt. Also von daher alles gut. Jetzt muss ich nur gleich mal der Botline ein bisschen unter die Arme greifen, glaube ich. Oh, scheiße. Oh, Lee und Yawso-Bot. Nein, die ganzen Minions haben wir aufs Maul gegeben. Oh, du auch schon wieder daut. Nee, der hat mich. Ah, schön, er hat die Pflanze so weggemacht. Aber sie kommt trotzdem nicht ran. Ja. Ja. Was hat der überhaupt für eine Attack-Speed, ey? 1100 Schaden durch seinen blöden Auto-Tags. Ja, Yawand kriegt doch durch seine... Durch die... Durch die Fahne da. Kriegt er doch Attack-Speed. Das ist echt nervig. Die ganzen Minions haben mir so viel Schaden. Yawand hat mir nur 1000 Schaden. 1500 Schaden. Und so, hast du richtig schön in den Minions gefightet. Ih, der hat mich geultet. Ich konnte ja nicht raus. Hm. Jop. Nee, ist er bei 6 oder schon? Ah, so, der stirbt auch schon wieder. Oh, das ist aber auch... Runter und drüber. Nee, da kann ich jetzt auch nicht. Geht hoch und wieder runter und wieder hoch. Ich hab leider gerade keine Ulti gehabt. Ist ja er tot gewesen. Ah, ich komm nicht ran. Dei Film. Äh, hä? Minion bleibt da. So. Puh. Hat der Trash aufgehört? Na ja, gut, da war sie ja low. Okay. Da kann man ruhig auffallen. Hier ist Tottenland. Gott, ey. Warum, ey? Wir müssen die Leute... Ich guck mal, der hat sich als erstes Mortal Kombat gekauft. Nur gegen mich. Ich guck mal, der hat sich als erstes Mortal Kombat gekauft. Ich guck mal, 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 ich guck mal. Ich guck mal, 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 ich guck mal. Ich komme gerne mal vorbei, klar, aber... Scheiße, war das schlecht. Vor allem ist es auch schon so Karma. Wir kriegen einen Waterdrake und ich einen Smite. Ja, vor allem ich hab den Call gemacht. Ich wusste ja, dass ich keinen Smite habe, aber dann kommt die Catelyn von unten. Und die kriegt den tatsächlich. Unglaublich. Und wir waren mit drei Mann dran, ne? Oh, dein Javan ist auf der Mitte. Oh. Armer Asier. Ne, kann ich auch nichts mehr machen. Ey! Alles stirbt. Was ist denn hier wieder los, ey? Komm, Alter! Ey, warum geht da kein Tor-Shot drauf? Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Für den Ruhm. Ja, der hat jetzt Rift-Herald. Jupp. Kannst du Top-Lane kommen? Die werden Top-Lane durchpushen. Mein Javan hat hier Rift-Herald. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah, hier ist Lee. Von hinten. Ja, hier ist Lee. Ja, so ist auch nass. Es soll geschehen. Na ja, gut. Ja, so ist er wieder da. So. Ich muss schnell wieder abdrehen. Ach ne, ich komm mit. Mitte, schon wieder tot. Für den Ruhm! Ja, sieh, der kriegt aber nur noch Hauer gegen Yasu. Der hat doch übel viel Kills. Und der Lee echt gut gemacht. Naja, ich hab da auch gegankt wie ein großer. Ich hab ja nur mit der Bald gesittet. Aber irgendwas muss auch mal alleine machen. Gold. Jawoll. Vorsicht. Den Tower, den holen wir jetzt. Ja, da ist Kate auch noch nass. Was ist das? Oh, ich muss raus, ich muss raus. Alter, ich hab hier gerade vier Kills gekriegt auf der Botlane. Ähm, bist du jetzt auch endlich fett. Ja. So muss das sein. Nice. Komm, 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 hier ist noch einer. Nee, ich will weg. Oh, die hast du weg. Oh, oh, man. Lauf einfach. Nee, rauf. Jetzt will ich aber weg. Ja. Lass mich jetzt weg. Der war halt so free so, weißt du. Hm. Das war echt das, was ich gebraucht hab. Was wir alle gebraucht haben. Ja. Ich weiß, fünf Kills hab ich eben gerade gekriegt. So. Ja. Da hab ich nur meine 45% CDR. Oh, nee, ist die Dracke schon wieder in Ferne. Oh. Ich brauch Top-Dann-Hilfe, das ist der Herald. Ja, wir müssen noch einen Herald holen. Äh, den, 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 den. Feuertrachen. Weiß nicht. Ich glaub ich... Ich glaub ich... Dann mach ich den jetzt, ne? Oh, scheiße. Ja, die sterben jetzt alle in der Mitte, dann geh ich nen Drake machen. Ich hoffe, ich schaff ihn schnell genug. Ah, Kate kommt schon wieder. Ja, diesmal hab ich Smite. So. Ups. Diesmal hab ich nicht. Nice. Den Herald kurz gemacht. Der hat keinen einzigen Kind auf mein Zauber drauf gekriegt. Aber das hat er gut gemacht, der Jarvan. So konnte ich nicht Botlane gehen. Ja, macht ja nichts, Botlane braucht man ja keinen jetzt. Ich hab den ja ganz alleine gemacht. Ey, ich mein, so konnte ich nicht mit lenken gehen. Achso. Naja. Wär er auch mit lenken gegangen. Aber es ist trotzdem gut, so ein verschwendeter Herald. Kannst du euch schon tun, was? Trash ist gleich bei dir. Was? Nein. Wann hat er mich hier gekillt? Ach, ist er geknallt, oder? Egal, wir kriegen trotzdem zu. Guck mal. Drei Leute sind für mich gestorben. Flashdrammi nochmal ne Runde. Ja. Wenn du gleich wieder lebst. Ah, du brauchst zu lange. Dann musst du irgendwann mal Botlane gehen. Von 0, 2 auf 3. Geil. Au. Einfach raus. Wir müssen zurück jetzt. So. Ja, klar macht der Damage. Aber ich bin ja auch noch nicht tanky. Beziehungsweise richtig tanky geh ich auch nicht. Ja. Rietet sich halt bisschen an. Aber. Ja, ich hol mir dann noch nen Randiums und dann ist gut. Oh. Ja. So 1v4. Bisschen sehr übermütig. Kann gar nix machen. Cool einfach, dann macht er gar keinen Schaden mehr. Haha. Mit meiner dritten Q mach ich 600 bis 1000 Leben. Ja. Ist weg. Ja. Pusche die Botlane auch richtig durch. Wir müssen aufpassen, wenn Yasu wieder da ist. Ja. Jawohl. Asia Double Kill. Ja. Caitlyn ist doch immer geflasht. Der Lee hat mich einfach aus der Malfight Ulti rausgekickt. Richtig dumm. Oh, der ist Kumpel. Oh, der ist Kumpel. Ja. Der ist richtig Kumpel. He. So, und ich bin durch. Heimlich so hart, ey. Geil. Ja, so kommt Botlane. Oh, Sala. Ich denke, den kann ich jetzt auch fighten. Ja, ich bin gleich. Ach, gerne. Oh, oder auch nicht. Oder auch absolut nicht. Absolut konnte ich den nicht fighten. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte fast einen ganzen Item mehr als du. Ist der so fett? Oh ja. 10 Kills. Er hat drei Items und fast 200 Farben. Ja. Okay. Ich habe Mausfarben in unserem Team. Und er hat nochmal ein bisschen mehr Farben als ich. Ja, 200 zu dem Zeitpunkt ist auch gut. Also, wirklich gut. Na ja, gut. Jasu. Ja. Ich glaube, einen Jasu mit schlechten Farben gibt es gar nicht. Versucht ihn jetzt mal zu fighten. Mal gucken, ob das klappt. Darf ich das? In jedem Fall hatte Angst. Aber nicht noch weiter fienden. Ich probier's. Reicht schon, dass ich das eben gemacht habe. Okay, anscheinend kann ich nicht. Also, er holt sich lieber einen Blue-Buff anstatt mit zu fighten. Oh noi. Jawoll, jawoll. Wieso, ich kann einfach immer seinen Werbelsturm holen. Was, wenn ich eigentlich kein Wissen habe. Wir kommen. Wir sind aber noch weit. Bin da. Da tut er da. Die Feuerwehr ist da. Ciao, Jasu. Die Leute denken auch immer, die können mich wie One-Shots. Mhm. Der hat einfach so hart gebetet. Ich drück einfach W, bin zwei Sekunden an Tarch. Dann drück ich Sonya's nochmal 2,5 Sekunden. Das ist was ich verstehe. Oh, ich geh mal Mitte defen. Mal den. Ja, beide Lanes kann ich nicht. Oder ne, ich geh nur top. Scheiß auf Mitte. Ja, wir kriegen jetzt so lange den Nip. Ja. Und den Jarben. Die geht einfach stur weiter. Auf den Tower. Wirst du jetzt gewonnen haben. Die war wie so ein Bot. Hä, wo kommen die denn her? Ja. Wo hat der denn das ZZ-Rod aufgestellt? Hab doch hier gerade geguckt. Ach, hier hinten, lol. Der Sieg ruf! Wir falten ja grad weiter einfach. Boah, macht mal. Ich defle und cleare hier die ganze Base. Nächstes Tower haben wir. Ich geh mal runter zum Jack. Ja, so 20 Sekunden noch. Hab ihn. Den letzten Nexus? Los. Das ist nice. Okay. Ja, ne. Ja, und ich hoffe natürlich das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne bis bald. Euer Ram. Ich anschaâte ξ den drei oder wundersch Acho. Ang har τη Funktion extrem,